Frenkel frottelt. Heute. Pack aus. Alter. Was Frenkel von Unboxing-Videos hält. Ich komm ja schon, du Penner. Langsam. Ja. Ja, ich bin ja. Danke, danke. Tschüss. Es ist ein langersehtes Paket. Ich finde ja Unboxing-Videos so an sich ziemlich scheiße, ja. Aber jetzt habe ich hier eine Special Edition bekommen. Von dem Spiel, das ich demnächst Let's Playen möchte. Und das ist so eine geile Special Edition. Das muss ich einfach mal Unboxen, damit ihr das mal seht. Ich habe einen Moment, ich hole es mal kurz. Seht ihr es? Das ist ein bisschen groß, glaube ich. Moni, da müssen wir mal aus der Hand drehen. Nimm doch mal die Kamera ab. Das ist mal eine Packung, oder? Ist das mal eine Packung? Da freue ich mich schon. Die mache ich jetzt auf. Da seht ihr mal diese Super Special Edition. Die ist limitiert auf ein Exemplar. Das ist also quasi hier ein Einzelstück. Allein schon die formschöne Packung. So macht man das bei Unboxing-Videos, oder? Moni. Passt das? Ja. So. So. Das ist so geil. Der Moped-Simulator. Ist das nicht der Brüller? Ich weiß nicht, ob man sieht besonders das Kinder-Mofa. Ist das geil, oder ist das geil? So. Jetzt mache ich es mal auf. Ich liebe es ja, solche Packungen aufzumachen. Da kommt so ein Geruch raus. So ein Geiler. Ja? Andere kaufen sich irgendwelche komischen Schlüpfer. Ich brauche original verschreißte Ware. Und jetzt mache ich es natürlich für so ein Unbox-Video. Passt das so, Moni? Ja, super. So. Ähm. Jetzt muss ich mal die große Kiste weg. Ich setze mich nämlich jetzt mal wieder hin. Ich werde mal kurz zitieren, damit ihr wisst, was euch erwartet. Und zwar eine realistische Simulation mit echten Zweitaktern mit Mopeds, Mofas und Roller. Genauso wie damals und heute mit der Clique in die Stadt über Landstraßen, Schotterpisten oder durch Parks. Das klingt so geil. So. Und jetzt Achtung. Top Features. Sechs verschiedene Strecken. Also nicht sechs gleiche Strecken, sondern verschiedene. Also sechs verschiedene Strecken. Fünf Mofas, Mopeds und Roller. Drei Spieltypen. Einzelrennen, Zeitrennen und Meisterschaft. Einzelspieler und Mehrspieler. Split-Screen-Modus. So. Und das Beste ist hier. Bei einem der vier Screenshots steht realistische Landschaften. Ja? Und was ist drauf? Was ist drauf? Soll ich euch sagen, was drauf ist? Ein Parkhaus. Realistische Landschaften. Jetzt mal weiter. Mit meinem Unboxing. So. Ja. Also eine Stoffkarte hätte ich ja eigentlich schon erwartet. Vielleicht noch ein kleines Mofa oder so. Eigentlich ist gar nichts drin. Also außer der DVD. Die ist sehr schön. Von der Form. Von der Farbe. Und die Box noch von innen. So geil, oder? Ja. Das war jetzt mein erstes Unboxing-Video. Von der Farbe. 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 Von der Farbe.